Tele Zürich City Line, die aktuellsten News aus der KMU-Welt rund um Zürich. Präsentiert von Panolin. Swiss Oil Technology. Das Volkland hat an diesem Sonntag durchgehend für Sie offen. Ein kalter und verregneter Sonntag, nicht mit uns. In aller Ruhe shoppen an diesem Sonntag. Volkland in Volketschwil, mit gratis Parkplätze. Jede von diesen A-Klassen hat einen Wert von über 46'000 Franken. Aber bei uns, bei der Autotrachsler in Wetziken, kostet das wunderschöne Fahrzeug nur 34'900 Franken. Jetzt beim Enzo und beim Willi vorbeikommen und profitieren. Achtung! Täglich Mittagsmenüs zu attraktiven Preisen. Brasilianische Esskultur in der Churasseria im Bassersdorf. Rodizio. Am Abend mit 8-10 Fleischsorten vom 1 Meter langen Spiess, grossen Salatbuffet und Beilagen. Alles in Diskussion. In der Churasseria Bassersdorf. Freihof-Bassersdorf. Neu. TV-Werbung auf Telezüri. Ab 1'990 Franken. CityLine. 13 Mal wiederholt inklusive Produktion. Weitere Infos auf www.city-line.ch EquityLine.